Eine neue Folge von Batman Arkham Origins. Wir müssen Firefly unbedingt aufhalten. Er ist auf der Pioneer Bridge. Und hier können wir doch immer keine Verbindung herstellen mit dem Ding da oben und dem da drüben und so. Da muss ich erstmal gucken, wie ich da am besten hinkomme. Aber erst Firefly. Ja, ich glaube, so geht's schon klar. Hui! Halt. Ach, die Tür kann ich gar nicht benutzen. Na, ich muss hier hoch. Komm schon, Bats. Beeil dich. Nicht nur Bane, auch Firefly ist jetzt nun. Mist, ey. Das gibt's nicht. Der Teufel scheißt... 1, 2, 3. Mist. Versprochen. Verkackt. Ich würde sagen, der Teufel scheißt echt auf den größten Haufen. Alter, was ist denn los? So, ich hau erstmal ab hier. Also, mein Signal ist total gestört. Was sieht denn hier ab? Jetzt nicht mehr. Was war denn man das eben? Da unten war ein Relais. Na gut, egal. Ich muss so... Hier war doch eben... Hallo? Hilfe? Komm schon. Ja. Ich muss zur Brücke. So, und ich kann jetzt auch bestätigen in dieser Folge, dass das mit dem Shadowplay funktioniert. Der hat wirklich alleine die Datei, also die MP4-Datei alleine bei 3,8 GB gesplittelt auf Windows 7. Funktioniert wunderbar. Ich denke mal, ich werde das in Zukunft weiter benutzen. Sollte jetzt nicht irgendwelchen... Irgendwelche anderen Probleme auftreten. Das hier ist eine Geiselnahme, Leute. Geht in Position und warten auf meine Befehle. Provoiert oder greift den Verdächtigen nicht an. Er hat Geisel auf dem unteren Bereich der Brücke. Geht einfach in Position. Oh, raus. Scheiße. Na komm schon. Den unteren Bereich? Huch, jetzt ist es auf einmal davor. Ich muss Firefly von der Brücke weglocken, damit ich mich nähern kann. Ja toll, dazu muss ich erst mal akkurat hier hochkommen. Oh. Letzte Flugbote des Batwings. Ah, jetzt kommt der Batwing vorbei. Das ist so laut. Das ist so laut. Wir jagen sie alle hoch. Juhu. Gordon würde nie den Stürmungen befehlen, wenn er von Fireflies Bomben wüsste. Ich muss ihn aufhalten, bevor er in eine Falle läuft. Zentralisch ist Marine Sia. Wo ist der Kante? Die jetzt waren. Sollen wir jetzt alle totklicken oder was? Die KP ist der mittleren Pfeiler am Fundament der Brücke. Sind wir. Na toll. Huch. Du hast deine Ahnung, wie viele Geilwände er hat? Viele, hab ich gehört. Hoffentlich schickt Gordon das Wort da rein. Und dann können wir heim. Nee, Mann, das wirst du nicht. Brandon schießt auf alles, das sich bewegt. Und dann sitzen wir hier die ganze Nacht. Ich kann ihn nicht so richtig angreifen. Das kommt jetzt. Wir vergessen nicht. Angreifen, angreifen. Ich bin noch schon da, Mädels. Hier tut sich was. Ah. Nenn die Maske ab, Freak. So. Dann ist der erst mal aus dem Gefecht gesetzt. Mist. Na, komm schon. Ach, der hat sich die Waffe geholt. Okay. Ja, wie soll ich ein Gordon? Wo ist denn der? Ach, der ist da hinten irgendwo. Ich hab jetzt gedacht, der ist hier unten. Nein, da war doch eben. Hä? Hä, wo muss ich denn jetzt nur hin? Oder kann man hier irgendwo rein? Nein! Ach, scheiße. Hochvaterknopf. Wie so oft? Ach, da ist ein... Ah, ein Eingang. Halt nicht hier jengen, mein. Halt nicht hier jengen. Na, komm schon. Hüpp. Hüpp. Ach, nicht so weit, Betz. Los, hier runter und gut. Bin hier mal gespannt. Wer ist dein Kopf, Harvey? Er wird sein Job machen. Sierra 9. Sie können da nicht rein. Firefly hat die Brücke mit Sprengsätzen versehen. Zeig dich! Blenden an Gordon in Position. Legen Sie los. Nein, rufen Sie sie zurück. Wenn Firefly die Bomben zündet, werden unzählige sterben. Nein, diese Leute sind wegen dir in Gefahr. Es geht um dein Kopfgeld. Gib einfach auf. Ich werde Firefly selbst schnappen. Schicken Sie niemanden los, bis sie wissen, dass es sicher ist. Du hältst dich da raus. Hörst du mich? Das kann ich nicht, Gordon. Nein, leg die los. Brandon, Brandon, Meldon. Ähm, Kämpfen, Kurt. Ich hab's doch gesagt. Nein, die einzige Person, die ich auf dieser Brücke sehen will, ist der Batman. Doch sowas und es endet böse für Officer. Brandon, nicht wahr? Oh oh. Da flucht. Kann jemand Brandon sehen? Bravo 2, Leitstelle. Negativ. Alle Einheiten Position halten. Niemand bewegt sich ohne meinen Befehl. Scheiße. Wo ist Gordon hin? Wo ist denn der hin? Gordon! Scheiße, bleib hier! Schneller dieses scheiß Ding hier hacken. Komm schon! Küstenwache. Jawohl. Los, schneller. Äh, nun? Ah. Hopp. Ach, komm schon. Notfallalarm. Bitte lassen Sie auf schnellsten Weg die Brücke. Oh shit. Shit. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wo ist denn ein Eisnerleiter? Los, komm schon, Pets! Hüah! So geht es natürlich auch. So, wir wollen uns ja nicht verbrennen, ne? Ja, wir wollen uns auch Persia-mäßig. So, Beeilung. Gordon, mach keinen Scheiß. Alter, das ist ja voll das Labyrinth hier. Keine Zeit für das Datenpaket. Ich bin schon mit dem Störsignal. Ah, nee, den Autie kann. Aber wo er weiß, dass die anderen Jungs nicht von scharf machen, das muss uns nicht sagen. Darüber hat sich gar nicht nachgedacht. Ihr denkt doch nie nach. Das ist so laut, so laut. Ach. auch gut über Metallbücher den Knisterts ich muss eine der Wachen dazu bringen mir zu sagen wie viele Bomben Firefly hat und wo sie sind ja toll ist mir auch noch Bomben mit Scherven, das ist ja bombig ich muss den da unten zuerst ausschalten, da habe ich freie Sicht oh, der leuchtet das unten ab vielleicht mache ich doch erstmal ihn hier platt ich muss erstmal weg hier ich möchte jetzt explodieren die ganzen Scheißdinger hier Mist wo ist dieser Typ ich sehe nichts ja, komm schon so ja, wo seid ihr denn komm draus, komm draus dafür habe ich mich nicht gemeldet worden okay, er will uns also fertig machen wie viele sind es denn noch? viere wie sollen wir ihn erledigen, wenn wir ihn nicht mal finden das haben wir natürlich jetzt gerade nicht gesehen Mist wir stehen gerade sehr ungünstig ich versuche es mal mit ihm hier komm schon, weg hier oh nein, 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 nein oh da war eine Bombe, die habe ich jetzt gar nicht gesehen scheiße so, du bist der Nächste Gute Nacht Gute Nacht so, sprich wie viele Bomben sind auf der Brücke vier 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 eine hier, eine direkt über uns auf der unteren Ebene der Brücke und je eine an jedem Ende der Brücke das sind die Großen das sind alle ich verspreche es und ich verspreche dir einen festen Schlaf haha geil vier Bomben auf der Brücke die Größten an jedem Ende ich muss diese Bombe entschärfen bevor ich mich um den Rest kümmere ja, komm schon oh nein oh, mit Timer? fuck Pyro Mana ja, komm schon oh was? Spreng Stoff oh noch eins Brennbar boah, Alter das ist ja fies eine Bombe weniger jetzt noch die anderen drei boah boah zur Karte hinzugefügt ich muss jetzt auf auf jeden Fall höher wie komm ich denn jetzt höher? na das ist ja toll ja, 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 ja ja, und nun? wie komm ich jetzt weiter? da ist ja immer noch da ist ja immer noch toll großartig da ist ja immer noch großartig da ist eine große Tür da komm ich auch bestimmt raus da ist eine große Tür Elevator Bin ich nicht von hierher gekommen? Ne. Ich dachte schon. Oh. Gordon, Mensch. Mach nicht so einen Blödsinn. Warnungsmacht. Warnungsmacht. Darum sind sie. Ups, sei da. Das kommt schon lang schneller. Was öffnen? Huch. Hallo? Äh, hallo? Hilfe? Klettern. Ich muss erst dober. Ich tue dir trotzdem weh. Okay. Ich gebe dir gleich Rechnung. Ich muss dich den Rest der Nacht ausruhen. Was mit dem anderen? Du hast einen Schwur geleistet, das Gesetz zu achten. Wenn ich dich nochmal sehe, erwarte ich, dass du dich daran hältst. Ja, ja, Sir. Es tut mir leid. Okay, ich denke jetzt einmal noch hier nach oben. Hey, komm schon. Klettern. Klettern. Mensch. Nochmal klettern. Oh, ihr brennt's. Ich glaub ihr nicht richtig. Die Bomber ist sicher. Äh, Mr. Firefly. Firefly hat seine Geiseln in einem Waggon voller Sprengsätze gesperrt. Scheiße. Das ist nicht gut. Äh, ja. Guter Plan. Ja. Hey, sie. Wir müssen uns dann auslassen. Ich muss überhaupt nichts, Lady. Was ist los? Willst du nicht hochgejagt werden? Die Tiere. Wir sind Tiere. Wir sind Tiere? Ich bin nicht derjenige im Käfig, Lady. Ich. Ich bin wie der Zoo-Wärter. Und ihr seid alle ein Haufen Apfel. Lass uns raus. Ein Haufen Hüten da. Komm ich ja durch, ja. Lass den, den schalte ich jetzt so aus. Wer hat die Feuerte überwacht? Er treibt sich unter den gitternden Boten rum. Das ist der. Ich seh ihn. Das Ding. Oh, wo ist der jetzt hin geflogen? I love him. Nein, du sollst... So, Mensch. Und... Ausgenommen. Oh, Shit. Kann ich hier nicht rausholen? Der wieder. Seien Sie keinen Nahe. Warum hätte er das alles getan, wenn er uns nicht helfen wollte? Wenn Sie so sicher sind, dann müssten Sie dann. Haltet doch einfach den Mund. Und seht, was er tut. Wie komm ich jetzt hier... Wie komm ich hier rein? Kommt schon. Kontrollraum? Irgendwann hier bin ich richtig. Oder? Scheiße. Wie komm ich da jetzt rein? Ich muss den Leuten... Aufzugaktieren. Aha, okay. So, einmal hier hoch. Und dann... Hier ist die Bombe. Ach du Scheiße. Abdeckung und Entfernung. Ah, das ist doch lustig. Ja, ich beeil mich schon. Na toll. Wieder mit Timer. Entflammen... Mein... Okay. Komm schon. Ja, ja, ja. Beschleuniger. Brandbeschleuniger. Komm schon. Nitroglycerin. Ja. Puh. Das muss Gordons Feuertür sein. Gordon, öffnen Sie die Feuertür im Zugdepot, damit ich Fireflies Bombe am Nordende der Brücke entschärfen kann. Raus aus dieser Frequenz, sofort! Hören Sie, ich kümmere mich gerade um die Bombe am Südende. Sorgen Sie dafür, dass die Tür offen ist, wenn ich wiederkomme. Lass mich meinen Job machen und bleib mir aus dem Weg! Sollen die Leute? Verdammt! Alfred, die Feuertür versperrt mir den Weg. Ich brauche Codes, um daran vorbeizukommen. Die Polizei sollte die Codes haben. Vielleicht kann Captain Gordon... Gordon weigert sich. Ich bin auf dem Weg zur anderen Bombe. Besorg mir diese Codes, bis ich fertig bin. Verstanden. Ich tue mein Bestes. Ich schaffe die Bombe im Bahnhof. Getan. So, und wo jetzt lang? Da vorne geht es ja nicht weiter. Leider. Ich muss darauf warten, dass Alfred die Codes besorgt. In der Zwischenzeit kann ich noch eine Bombe entschärfen. Na toll. Das, meine Freunde, werden wir aber erst in der nächsten Folge tun. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich kriege das hier noch hin in dieser Folge mit den vier Bomben, aber es ist doch etwas komplizierter als gedacht. Nun gut, dann sage ich, haut rein, fahrt nicht bis auf dem Auto und... Was macht das denn gerade? Tschüssi Li! Sie müssen uns rauslassen! Hier sind Bomben! Ja, die sind schon entschärft. Keine Panik. Also, tschau!